Willkommen im Schnäppchenkeller von ProfiSchnack.de befindet sich dieses Schnäppchen, produziert von Willi Schillig. Das Modell Broglin mit der Nummer 167 00 ist schon fast ein Klassiker, gibt es schon viele, viele Jahre und ist immer noch zeitlos modern. Mit großer Bodenfreiheit, festem Sitz und mit einer Sitztiefenverstellung. Das geht auch hier, schauen Sie genau hin. Und schon habe ich hier echten Launching-Komfort. Was gibt es noch? Die Armlehne ist verstellbar. Sie haben die Funktion überall, also auch hier. Und sogar in der Ecke. Und wenn Sie alles nach hinten machen, dann haben Sie natürlich für die ganze Familie eine riesen Launch-Insel zum Bequemmachen. Sie haben also die Möglichkeit, es klingelt, ich gehe mal nicht dran, hier für vier bis fünf Leute Platz zu schaffen, um abends zum Beispiel gemütlich Fernsehen zu sehen. Sie können weiterhin hinter den Kissen, Rückenkissen noch Kopfstützen einstecken für noch mehr Komfort. Sie haben ein pflegeleichtes Leder. Z74 Longlife in weiß, gebrochenes Weiß, sehr klassisch, passt sehr schön auch zu schwarz und zu weiß. Schon wieder klingelt das in der Hose. Machen wir aus. Für Sie mache ich es aus. Und Sie haben eine, das gehört hier nicht dazu, eine einfache Funktion, die kaum kaputt gehen kann. Links 3,12 Meter, rechts 2,48 Meter. Brauchen Sie Platz, dann ist Brooklyn eine echte Überlegung wert. Was meinen Sie dazu? Dankeschön und Tschüss.